Der 82-jährige Witwer Dan Peterson wurde nach dem Tod seiner Frau zum Grießkram. Die kleine Nora hat ihn mit ihrer herzlichen Art zurück ins Leben geholt. Ihn als Ersatz-Opa adoptiert und in die Familie geholt. Ist er dein bester Freund? Er ist. Du liebst ihn. Wir sind gute Freunde. Sie sind. Immer und immer. Ein wirklich niedliches Duo und unsere Freundschaft der Woche. Wie romantisch. Roman fragt gerade seine Freundin Reina, ob sie ihn heiraten will. Doch die reagiert etwas seltsam. Was ist passiert? Das Paar aus Mexiko ist schon seit sieben Monaten zusammen. Am Tag des Antrags war die ganze Familie versammelt. Eigentlich eine gute Gelegenheit. Also, ich hab eigentlich nur gehört, willst du mich... Ich war nervös, emotional, dachte an nichts und an alles. Ich wollte wegrennen, schreien, aber dann bin ich einfach umgekippt. Aber wohl nicht allein wegen des Antrags. Reina hatte an dem Tag noch etwas anderes emotional belastet. Wir waren zusammengekommen, um den Geburtstag meiner Mama zu feiern. Sie war schwer krank und deshalb war es ein sehr besonderer Tag. Die Sorgen um ihre Mama, der plötzliche Antrag, das war einfach zu viel. Doch zum Glück wurde der Sturz durch einen Fuß gebremst, sodass Reina unverletzt blieb. Im März 2018 soll in Mexiko geheiratet werden, dann aber hoffentlich ohne Zwischenfälle. Im März 2018 soll in Mexiko gehen.